Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play. Wir räuchern Hexenhäuser aus mit dem Bogen ohne Brandpfeile in Hübsch. Da unten. Oh mein Gott. Ist das ein Troll? Nein. Ist das ein Troll oder ist das eine Hexe? Oh mein Gott. Ein Hexenrabe. Oh mein Gott. Die hat ja davon erzählt. Scheiße. Der dreifache Schaden. Oh mein Gott. Nesselfluch. Ja, ich habe Nesselfluch. Geil. Okay. Erstmal speichern. Und dann abhauen. Und zwar nach Weißlauf. Zack. Das ist doch cool. Ich habe Nesselfluch gefunden. Wie toll kann das denn sein? Was ist Nesselfluch eigentlich? Ich habe jetzt nicht drauf geguckt. Ja, natürlich sollte ich hier nicht geduckt durchlaufen und mit eingezogenen Waffen. Aber... Was ist Nesselfluch? Ein Dolch. Acht. Äh... Ja. Der hat ein Gewicht von zehn. Okay, der ist schon richtig schwer. Was macht denn jetzt hier der Drache? Wieso ist der hier abgestürzt? Ich weiß ja nicht, was mit den Drachen los ist, aber die haben irgendwelche Probleme, ne? Ich habe hier einige guten... Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied im Weißlauf bin. Diese Ehre geführt Eolot-Aubener. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur noch eine Fähigkeit. Ja. Du mit deiner fairen Chance. Das ist mir klar. So. Der Tempel von Trilad. Oder wie auch immer er heißt. Dieser wundervollen Beleuchtung. Alles sieht wundervoll aus und so. Ja. Nun, habt ihr diesen elenden Hexenraben Nesselfluch abgenommen? Ja. Och, ich... Nun, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr wiederkommt. Aber natürlich stimmt mich eure Rückkehr sehr froh. Nun, ich will dieses Ding aber eigentlich gar nicht anfassen. Könntet ihr euch vielleicht um alles weitere kümmern? Ahnenschimmers heiliger Hain befindet sich östlich von hier. Ihr könnt Nesselfluch verwenden, um etwas von seinem Harz zu gewinnen. Ich halte das nicht aus. Macht, dass es aufhört. Ich soll machen, dass es aufhört. Habe ich richtig gehört, dass ihr zum Ahnenschimmer heinreist? Ja. Tut mir leid, aber ich möchte lieber alleine sein. Ich verstehe. Einige Wege muss man allein beschreiten. Ich bin hier, falls ihr eure Meinung ändert. Habt ihr das Ahnenschimmer heilt? Mögen die Götter... Boah. Wieso erschreckst du mich so? Habt ihr das Ahnenschimmer heilt? Nein, ich habe es nicht. Ich wollte erst mal mir noch ein Segen abholen. Ha, ha. Oh, kann das sein... Habt ihr das Ahnenschimmer heilt? Du gehst mir auf den Senkel. Segen des Drachentürkers. Wieso sollte ich eine leere Schatulle stehlen? Naja. So, wo geht es jetzt hin? Nach da. War ich da schon? Nein. Also gehe ich zum Mischwassermühle und von da aus dahin. Ich glaube, das ist eleganter. Es ist nur die Frage, wo ist mein Pferd? Wo ist mein Pferd geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Das ist jetzt natürlich ziemlich scheiße. Aber ich weiß es nicht mehr. So. Karte, was sagst du uns? Wir müssen da komplett durch. Gut. Da geht's hoch. Laufen wir mal ein bisschen. Wir könnten auch ein bisschen Wirbelwinte, Sprinte einsetzen. Zack. So, erstmal speichern, ja? Wir wissen nicht, was da auf uns zukommt. Oh, scheiße. Oh, oh. Riesen sind Keine gute Idee. Also mit Riesen lege ich mich noch nicht an. Garantiert nicht. So. Weiter geht's zum Ahnenschimmerherz. Schön. Wie lange haben wir schon aufgenommen? So. Heiligtum entdeckt. Ja, ich fange ein Glühwürmchen. Oh, ein Fackelwürmchen. Drachenbaum. Ab in die Höhle. Das Löwen. So. Hat der gerade gespeichert. Komm, zieh mal deinen Bogen. Ups. Boah, wie wenig Eisenfeile ich nur noch habe. Ja, ich glaube es ist gut, dass man aus den Kadavern diese Optionen bietet, dass man doppelt so viele Sachen aus den Kadavern rausbekommt. So, jetzt möchte ich aber erstmal als Magie meinen Feueratem wieder einsetzen. Einsetzen. Kann mir die Karte irgendwas sagen? Nein. Aber ich muss das halt betreten. Ich wollte den Typen schon töten. Willkommen im Ahnenschimmer, Heiligtum. Solltet ihr Fragen haben, so wendet euch an Aster. Gut. Also scheinbar sind hier alle freundlich zu mir. Was schon mal sehr gut ist. Dann muss ich nicht böse zu ihnen sein, sondern kann freundlich zu ihnen sein. Ja. Äh. Was ist das unser Ahnenschimmerheim? Ich glaube, das sieht so aus. Dann holen wir mal den Nässefluch raus. Cool. Ja. Ein bisschen. Warte. Stopp. Objekte, bitte. Ja. Ja. Nehmen wir mal zwei. Und. Äh. Ja. Wow. Wo ist das Ding hin? Nein. Das hat mich tatsächlich fertig gemacht. Und ich muss jetzt nochmal durchlaufen. Okay. Ja. Hier sehen wir den Stein Simulator 2014 in der grünen Edition. die wundervoll ist. Können sogar sprinten. Und hier sehen wir die wunderschönen Wasserflakten-Effekte. Ja, ich bin hier um die Sehenswürdigkeiten dieses herzlichen Eifekte zu sehen. Ja, ich bin hier um diese wunderschönen Sehenswürdigkeiten zu sehen. Allerdings. Möchte ich auch noch was haben. Von so. Nässefluch. Super. Gib mir was. So, speichern. Da kommt jetzt mein geliebter Zweig näher an. So, okay. Der Zweigling ist fertig. Fahlwurzel. Super. Dann kann ich Nässefluch ja wieder loswerden. Und zwar gegen mein schönes Pelzschild tauschen. So. Und ich kann natürlich eine neue Stufe holen. Und ähm Also ich finde Gesundheit auf jeden Fall. So. Und dann mal gucken was wir hier an neue Rüstungsverzaumung sind zu 40% wirkungsvoller. von Rüstungen Also ich finde ja hier diese 100. Okay. Also ich finde ja hier dieser in der Mitte Das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich wichtig. Oh. Verzauberung. Schmiedekunst kann ich jetzt noch nicht machen. Rüstung Zweihändig Einhändig Schmiedekunst Schießkunst 80% mehr Schaden Hab zu wenig dafür Ne ruhige Hand Saatlauge Hab ich schon Okay Schnellschuss Brauche ich nicht Ah das brauche ich natürlich Das möchte ich gerne haben Er fordert 60 Er fordert 50 Ja okay Das kann ich leider noch nicht haben Pass genau Leichte Rüstung trägst Ja Schleichen Äh Ist beim Schleichen 25% schwerer zu entdecken Haukdosis Abrollen Abrollen Still Ach ja Redekunst gibt es auch noch Das ist so viel Was es hier einfach gibt Und Ich gehe auf Verzauberung Ja Und zwar Das ist erfordert 50 Ups Und zwar Ich mache das Ganze 40% Wirkungsvollerer Ah deshalb habe ich auch So wenig immer Gut Okay Wieso haben wir so viel Ich in der Gegend Ich glaube Weil ich das hier gemacht habe Sind die böse auf mich Das kann natürlich sein Das ist natürlich jetzt nicht das Was ich gewollt habe Ja Die sind böse auf mich Weil ich ihnen da was geklaut habe Die sind alle böse auf mich Das ist schlecht Pound Ich habe jetzt keine Lust Gegen jeden einzelnen zu kämpfen Auch wenn es Erfahrung gibt Weg hier Zum Himmelsrand Zog Das ist jetzt natürlich doof gewesen Aber egal Und ich würde auch hier wieder sagen Was das für heute Bis zum nächsten Mal Wir haben hier auch schon schön Hier speichert Und Ja Ich würde dann halt sagen Haut rein Ich würde dann auch noch ein bisschen Ich würde dann auch noch ein bisschen